so yo hey Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja heute ohne facecam ja ich wollte eigentlich wieder mal ein Video mit facecam machen aber ja ihr wollt sie wissen wie ich gerade ausschaue man ich war gestern Abend ja bin ich auf dem Geburtstag gegangen von einem Kumpel der ist 16 geworden und ja gut vielleicht bisschen lange aufgeblieben mal wieder und jetzt bin ich voll am Arsch und ja genau und da sind wir das bin ja gestern hingegangen haben am Abend schön gegrillt und alles schön Steak Steak gefuttert und dann hat er sogar ist so ein kleiner Schuppen gewesen im Garten der Leute und er holt einfach mal den Fernseher aus extra für uns und dann ziehen wir uns da das Champions League Finale rein also ich fand es ziemlich geil das Champions League Finale die war noch da waren die haben die ganze Zeit irgendwie nur gelacht keine Ahnung was mit denen los war es waren so zwei Spuchtel die haben immer wenn sie sich angeschaut haben haben sie losgelacht aber was sollen wir machen und ja genau jetzt haben wir da dann das Champions League Finale angeschaut richtig geil gewesen und ja war es dann natürlich wieder bester Verein meiner Meinung nach war es schon immer und ja da danach sind wir ein bisschen rausgegangen noch um 11 und ja haben ein bisschen gechillt sind ein bisschen da durch die City gelaufen und haben dann in ein Heim gebracht mal ganz lässig dann sind wir glaube um 2 Uhr oder so sind wir wieder zurück in den Schuppen da und dann haben wir schön in der Nacht noch einen Kuchen gegessen sein Geburtstagskuchen war schon lässig und das beste war auch was im Fernseher kam Leute müsst ihr euch mal reinziehen wenn ihr lange auch seid AstroTV was da für Leute für scheiße labern das war nicht mehr normal ohne scheiß Leute so was habt ihr noch nie gesehen wenn ihr in der Nacht AstroTV anschaut ja dann wisst ihr was ich mein und genau dann hat er danach sogar noch PS4 runter geholt Leute dann haben wir da Minecraft gezockt zu dritt bis hin ja das war dann eigentlich ein totaler Reinfaller am Anfang waren wir sehr kreativ wollten mal schönes Haus bauen und dann hat sich irgendwie alles blöd entwickelt und alle haben sich tot schlagen schlagen und ja war ganz witzig eigentlich dann sind wir glaube ich heute um halb fünf oder so ins Bett ähm jetzt bin ich richtig am Arsch wir haben es jetzt gerade viertel nach fünf und ja genau was ich noch sagen wollte Leute schaut auf jeden Fall bitte ähm den Vlog an was mein Kumpel auch gelernt hat ähm ich verlinke euch den mal ganz oben in der Videobeschreibung schaut es ihn euch an bitte lasst den Daumen nach oben da und vielleicht auch ein Abo wenn ihr das geil findet weil es werden bestimmt noch ein paar andere Vlogs mit mir auch kommen dann auf seinem Kanal es war auf jeden Fall ziemlich nice haben wir eine Longboard Tour gemacht bei uns in der City und ja genau könnt ihr euch mal reinziehen ich finde das Video eigentlich ziemlich geil und ich hoffe euch gefällt es auch also schaut es euch an Leute so Leute und was ich noch sagen wollte ähm die nächsten Wochen die werden glaube ziemlich stressig also nächste Woche fängt wieder Schule bei mir an gleich mal am Donnerstag Mathe Schulaufgabe reinballern und dann am Woche darauf noch Physik Schulaufgabe und die Woche da drauf dann noch Chemie und dann ist völlig krumm also ich schaue dass ich ein paar Videos raushaue aber es wird sich begrenzen denke ich mal und ja genau ja Leute ich hoffe ihr seid ihr seid da nicht böse aber ich bin halt noch Schüler und da muss ich halt dann auch lernen auch und mal schauen was für Videos noch raushauen kann je nachdem und bitte nehmen es halt nicht böse aber es werden auf jeden Fall ein paar Videos kommen nicht dass ihr denkt hier der Kanal wird ähm keine Ahnung ist schlafen gegangen und ja genau also Leute schaut bitte den Link in der Beschreibung an zu dem Vlog und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Mal wieder haut rein und ciao Leute